Das ist die typische urbane Gastronomie. Man weiss nicht, wo man es hin soll. Das Haus, wo wir hingehen können, kann man gute Drogen haben. Darum gehen wir heute Abend noch hin. Wenn schon, dann machen wir es richtig. Rega-chi! Ich würde jetzt gerne rülpsen, aber ich kann nicht extra rülpsen. Kennt ihr das? Das geht schon um meine Erziehung. Das ist korrekt. Irgendwann gibt es tatsächlich keinen Metzger mehr. Jede Woche könnte ich eine neue Einzige haben. Das ist unglaublich. Gastronomie ist die fremde Religion nicht zu können. Und im Restaurant ist sowieso die Frau gar nicht abgeschaut worden. Das sind nicht alles Idioten, die noch nie einen Rebstoff vorher gesehen haben. Tischfrei wird Ihnen präsentiert mit Unterstützung der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS und Netcetera Cultura. Schönen Tag. Achtert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020